Da sind wir wieder, back in the game. Wir müssen, warte mal, wo müssen wir denn überhaupt hin? Äh, Fotos machen? Okay. War hier nicht gerade irgendwie noch so ein Einbruch? Ah, da. Da ist doch, da war ein Einbruch. Ein Überfall. Let's go! Ah, Hilfe! Konnte ich irgendwie besser schwingen, oder? Naja, egal, wie auch immer. Welches Konzert? Ja, ich bin heute Abend auf ein Konzert. Äh, ein Candlelight-Konzert? So was in der Art? Soll voll romantisch sein. Jetzt brauche ich den Hut. Egal, wird bestimmt cool. Oh mein Gott, welches Paar wird hier angegriffen? Wow. Okay. Genau, auf jeden Fall, ich bin heute Abend auf einem Candlelight-Konzert. Und, oh, ich freue mich. Wird bestimmt cool. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir wurden... Wir wurden... Okay. Okay. Wir haben es geschafft. Weg hier. Du hast bestimmt 15 von denen ausgeschaltet. Die Jungs werden das nicht glauben. Sag mal, kann ich ein Selfie machen? Äh, klaro. Selfie? Soll ich mich dann zustellen, oder wie? Mach doch ein Selfie, Mann! Ich stehe doch direkt hinter dir. Oh mein Gott, wie sehen wir aus, Leute? Warum sehe ich denn so kaputt aus? Der Anzug sieht total komisch aus. Der macht kein Selfie. Pech gehabt. Hau mich jetzt ab. Wo müssen wir hin? Haupt Story hier. Aber ich will ja noch ein paar Technikteile mehr verlangen. Wisst ihr? Erarbeiten. Vielleicht ist hier irgendwo ein Überfall oder sowas. Das wäre eigentlich ganz nice. Das wäre eigentlich echt ganz nice. Boah, was ist das denn hier? Es sind voll viele Gegner irgendwie. Nicht nach Gegnern aus hier. Panzerwagen. Ah ne, doch nicht. Sind doch keine... Sind gute Leute. Wo lang? 300 Meter. Komm schon, 200 Meter. Let's go, 200 Meter. Wir kamen gerade von hier, ey. Sorry, 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 sorry. Sagt das aber nicht irgendwie gerade so aus? Irgendwie verdächtigt geradeaus, oder? Da, wo wir gerade waren. Naja, wir kommen. Der Panzerwagen wird überfallen. Und wenn es meine letzte Tarte ist. Da fängst du spät dran. Was brauch ich gerade gar nicht? Da fängst du spät dran. Wenn ich fett bin, oder was? Spät dran. Ihr seid spät dran. Oh! Das gibt's nicht. Wir haben ihn. Wenn ihr zwei Dollar Scheine sucht. Die Bank an der... Upsi. Nee, oder? Jetzt ist der Panzerwagen nicht mehr hier. Och nö. Echt jetzt? Schade. Und ich hab gehofft, wir... Äh, komm, nochmal ein paar Technikteile. Boah. Boah. Basante Verfolgungsjagd. Boah, ich weiß ja nicht, ob ich so gut bin in Verfolgungsjagden. Bis hier, weil ich bin echt noch nicht so gut im... Schleudern. Oha, guck mal, wie cool. Hier ist irgendwie so ein... So ein Stadion mäßig irgendwo. Es hat fast jemanden gerannt. Ich soll's etwas tun. Wo? Oh mein Gott, oh mein Gott, was mach ich hier? Mach ich alles richtig? Ich glaub, ich mach alles richtig. Und jetzt? Was jetzt? 50 Technikteile. Cool. Jetzt lass die einfach so da und warte auf Polizei oder warten wir einfach? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Technikteile. Oder? Oha, noch 200 Meter. Oha, hier gibt's ein Bakery. Oha, hätte ich jetzt echt Bock drauf. Oha, warum haben wir jetzt so ein Schild? Willst du uns jemand angreifen? Hä, will uns jemand angreifen oder was? Nee, doch nicht. Komisch. Oha, italienische Grocery. Oh mein Gott, wie geil. Wie cool. Einfach New York auch so zu entdecken, oder? Ist das nicht nice? Voll cool, ey. Hallo, will niemand ein Selfie mit uns machen? Wie, wie gibt's Lina mal? Wanna take a selfie? Bam, 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 bam. Oder eben sowas in Art. Hui. Ich hab ja immer die Hoffnung, dass irgendwas auf dem Dach ist. Irgendwas Cooles. Oha. Oh, wie cool. Ey. Seht ihr das? Die Frisbee ist einfach Marvel. Wie heißt das? Wie heißt das? Captain America Shield. Rotu schießen. So, jetzt noch einsenden und... Peter, wie läuft's bei dir? Robbie, hi. Cool. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar. Damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting. Aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. Das ist eh, oder? Du hast Distriktfortschritte erzielt, indem du Little Odessa Verbrechen gestoppt und Aktivitäten abgeschlossen hast. Cool. Karte öffnen. Foto. Drei Fotospots gibt es. FSDN anfangen. Okay. Die Karte zeigt und verfolgt Aktivitäten in allen 14 Distrikten New Yorks. 14 Distrikte haben die? Ach du meine Bitte. Mit deinem Fortschritt in der Story. werden neue Aktivitäten freigeschaltet. In jedem Distrikt gibt es drei Belohnungsstufen. Die zweite Belohnungsstufe erlaubt dir, schnell Reisen innerhalb eines Distriktes zu nutzen. Oha. Karte scrolle über ein Distrikt, um dem Fortschritt zu verfolgen und siehe regelmäßig auf die Karte nach, um Gelegenheiten zu entdecken, wie du New York helfen kannst. Oha. Erkunde die Stadt, um Aktivitäten in der Nähe zu enthüllen und sie zu seiner Karte hinzuzufügen. Oha. Guck mal, da gibt es Fotospots. Hier gibt es auch wieder einen Fotospot. Wie cool, wie cool, wie cool, wie cool. Wow. Guck mal, jetzt sind hier das hier eingekreist und sowas. Nice. Okay, 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 okay. Aha, okay. Wir gehen jetzt erstmal dann Gesamtfortschritt 3%. Gesamtfortschritt 3%. 3%. 3%. Ich hab gedacht, das ist vielleicht für Distrikte und sowas. Stadt, beide Aktivitäten. Achso, Stadtweite, Aktivitäten lokalisieren. Und in die Stadt. Oha, da ist wieder so ein Fotospot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Hilfe. Lost, ey. Hier ist der Fotospot, oder? Hier ist der Fotospot. Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal, ein Foto zu machen? Irgendwie so, ne? Tut mir leid, Zug verpasst. Gedrückt halten. Und die Unschau. Das ist perfekt. Unschau. Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät. Und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Okay. Hätte ich gut an. Die Leute werden belästigt. Da muss ich hin. Wir blieben, wer da in der Gegend ist. Hey, ich wollte gerade in der Nähe von der Nähe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und dann beide? Da sind doch beide da. Wie cool. Wie cool. Nice. Wie cool ist das denn, oder? Danke. Das könnte man jetzt wegen zur Gewohnheit werden. Klingt nach einer guten Ausrede, um ein Spider-Mobil zu bauen. Danke, dass du diese Typen erledigt hast, Spider. Mit dir in der Nähe fühle ich mich sicher. Wie cool. Wir sind jetzt zu zweit. Jetzt ist er einfach abgehauen. Warte mal, waren wir nicht noch gerade Miles? Sind wir wieder Spider-Man? Ne, wir waren die ganze Zeit Spider-Man, oder? Ich blick da ehrlich gesagt noch nicht so ganz durch. Boah, was ist das da vorne? Seht ihr das? Was ist das da vorne? Sieht gut aus. Krass, wir haben es geschafft. Leute, wir haben dieses Girl gerettet. Ah, natürlich retten wir dich. Aber was macht sie für komische, richtig NPC-Bewegungen? Funny, oder?